Reformation für Einsteiger Ein paar Hammerschläge haben die Welt verändert. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg angebracht haben. Luther kämpft gegen den Ablasshandel. Damals haben die Menschen dem Papst nämlich Geld bezahlt, um von ihren Sünden freizukommen. Die Kirche hat so ihre Großprojekte finanziert, zum Beispiel den Neubau des Petersdoms in Rom. Luthers Botschaft, der Papst, die Priester und dieses Geld sind unwichtig. Der Glaube des einzelnen Menschen ist entscheidend. Das ist eine Revolution, denn die katholische Kirche hat damals die Politik und den Alltag der Menschen dominiert. Die alte Weltordnung ist zerbrochen. Manche Historiker sagen, an diesem Tag ist das Mittelalter zu Ende gegangen. Luther legt sich mit den mächtigsten Männern der Welt an. Vor dem Reichstag in Worms verteidigt er sich und überlebt den Auftritt. Das war damals nicht selbstverständlich. Auf dem Rückweg wird Luther entführt, zum Glück von einem Freund, von Kurfürst Friedrich. Der verschleppt ihn auf die Wartburg. Das ist die Rettung. Dort arbeitet Luther als Undercover-Theologe. Er nennt sich Junkerjörg und übersetzt in seinem kleinen Turmzimmer unter anderem das Neue Testament. Die Reformation verbreitet sich im ganzen Land, in hoher Auflage, dank des Buchdrucks, den Johannes Gutenberg nur einige Jahrzehnte vorher erfunden hat. Flugblätter tragen die Reformation weiter. Noch schneller sind Luthers Lieder. Seine Choräle werden zu so etwas wie einer Waffe. In Lübeck zum Beispiel springen junge Leute in den katholischen Messen auf, schmettern die Luther-Lieder und bringen so den neuen Glauben in die Stadt. Bei der Reformation geht es um mehr als Kirche und Glauben. Weil die Macht der Kirche das ganze Leben durchdringt, muss die ganze Gesellschaft umgekrempelt werden. Nach Norddeutschland schickt Martin Luther seinen besten Mann, Johannes Bugenhagen. Der hat einen Vorteil. Er kann Plattdeutsch. Er stammt nämlich aus Pommern. Bugenhagen zieht von Stadt zu Stadt. Statt einer heiligen Figur stellt er in der Hamburger Kirche St. Nikolai zum Beispiel einen Gotteskasten auf. In dem werden Testamente und Geld deponiert. Für die Armen. Bugenhagen ordnet das Sozialwesen neu. Nach und nach werden die Klöster dicht gemacht. Für sie kommen Schulen. Bildung ist eines der wichtigsten Themen der Reformation. Alle sollen selbst die Bibel lesen können. Bis heute ist die Lutherbibel ein Bestseller. Luther schuf und prägte wie kein Zweiter die deutsche Sprache. Er erfand Worte wie Lückenbüßer, Lästermaul, Machtwort und prägte Sprichwörter. Die Reformation war ein sozialer und politischer Umbruch. Sie brachte den Menschen auch etwas, was man sogar am Nachnamen des Reformators ablesen kann. Luther hieß nämlich gar nicht Luther, sondern Luder. Er dachte bei der Namensänderung an das griechische Wort für frei, Eleuteros. Denn das war für ihn das Wichtigste, was ihm die Abkehr vom mittelalterlichen Papsttum brachte. Freiheit.